Ja hier ist wieder Magul HD mit Dota 2. Wir heute in einem All-Random-Match, das heißt wir haben hier Tiny zugewiesen bekommen. Mit Tiny gehe ich mal lieber Bottom Lane. Haben wir noch dabei? Zeus, Dazzle, Slug. Ja ich gehe trotzdem runter um hier ein bisschen defensiver zu agieren um oben den Leuten die Möglichkeit zu geben. Irgendwie in einen Carry hochzufahren oder ein bisschen zu junglen. Mit Tiny will ich sowieso hauptsächlich tanken und probieren jetzt hier meinen Teamkollegen zu unterstützen. So mein Vorhaben jetzt mit dem Ganzen. Tiny, komm her, die Straße nach vorne sieht rockig, aber das ist alles gut mit mir. Ja. In der Mitte waren grad zwei oder? Storm Spirit. Mittag. Medusa, wow. Noch gar nicht gegen Medusa gespielt. Doom, Terks hier. Also Medusa sagt mir jetzt gar nichts. Habe ich euch noch gar nicht in Aktion gesehen. Bin ich mal gespannt, wie das wird. Ich frage mich jetzt aber grad noch. Warum haben wir zwei in der Mitte? Was machen sie da schon wieder? Boah, weg, weg, kleiner Mann, kleiner Mann, weg, weg. 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 stirbt ganz schön durch also ohne wirst ja noch ein nahkämpfer hier ich weiß nicht ich glaube das wird ein härteres match jetzt hier würde ich auch gar nicht mag als nahkämpfer so langsam zu sein wie der teile ich habe ihn sogar getötet das wollte ich gar nicht was heißt ich wollte es nicht ich wollte schon töten aber eigentlich wollte ich hier kein killste machen es ist es ist es ist es ist es ist es ist Nein! So, das war das, was wir hier schmeißen, ne? Das ist ja ne geile Animation von Medusa. Boah, war das grad ein kritischer Treffer. Hör auf den Quarren! Natürlich! Ich habe keinen Müll. Tarney, komm in! Hör auf den Quarren! 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 Hör auf den Quarren, ne? Hör auf den Quarren! Hör auf den Quark, komm in! Schau mal kurz dort, ob da irgendwie was liegt, ne spezielle Rune. Schau mal kurz! Aufwärts! Rollen! Du hast es! Auch wenn es dann All-Vandome-Matches ist, spielt hier die Medusa recht gut, also... Und ich habe immer noch nicht genug Mana. Nein, nicht auf mich! Alter Falter! Warum trifft er mich denn mit Crit? Ganz vergessen, ich lauf jetzt kurz zurück. Keine Chance. So, dann sparen wir auf die doofen Schuhe, 1000 noch. Und dann geht es weiter. Aber das ist von der Medusa, also der Dings-Damage ist ganz schön krass von... Ist auch schon Nummer 6. Boah, die fahren ganz gut. Rollen! Na los! Aufladen! Was brauche ich? Tausend, ne? Ja... Level 8! Weil es alleine ist! Level 7! Level 7! So, weiter geht's! Beif ensuite! fertige Schuhe! Bleib von uns! Gut, in die Schuhe! An tollen... An tollen Stollen! Wow, geil. Noch mal da rüber. Nichts. Boah, ich dachte jetzt gerade, mich hat irgendwas erwischt. Übelst erschrocken, Geld. Ja, wir sind jetzt in Ordnung. Der Schreiber ist sicherlich. Ja, ich bin jetzt in Ordnung. Ja, ich bin jetzt in Ordnung. Ja, ich bin jetzt in Ordnung. Das kann nicht sein, dass sie da 300 Dings macht, 300 Damage. Das ist so krass stark von der Medusa. Diese Magiekacke. Das ist echt unnormal. Bleib weg. Ich geh jetzt mal zurück. Ich brauch irgendwas, um den Damage von der zu reduzieren. Die Frage ist aber, mit was schießt die? Halt ab. Ausgehender Schauen. Das magische Schauen. Magische Snake. Sprünge, das ist das Schaden. Magisch. Mana-Raub. Die Ultima, die... Angriffsbonus. Tossbonus. Boah, Blink ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ich brauch immer noch irgendwas. Das ist ja Quatsch. So, noch mal runter jetzt. Ey, großer. Komm, 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 komm weg. Bitte, 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 bitte. Bleib aber neben. Der rappt sich ganz gut. Der rappt sich nicht ganz gut. Der rappt sich nicht ganz gut. Was will er denn? Was macht er nix? Woa 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 Du wär da fast down gewesen Das scheiß Vieh Du hast nicht die Steine Oh, die ist immer noch da da unten Tiny, komm in Ja, ich kann ja schon gesagt, ich down Komm weg A rolling stone Rolling out Okay I'm gonna level up I'm gonna level up No deposit, no return 6.10 steht's. Nicht ganz so berauschend. Wow. Alter Falter. Alter Falter. Honey, come in here. Zoe. I got a gnome box. Make your hands and my soul. Ja, mit dem Tiny ist doch recht langsam, also... ...bin ich echt überhaupt noch gar nicht zufrieden mit. Ich glaube einfach, das ist nicht so mein Gameplay mit dem... ...eine Stone... ...has zwei Bärchen in mir. Obwohl ich jetzt nicht finde, dass ich schlecht spiele, aber... ...ein bisschen... ...weniger Level als meine Kumpels, aber... Nein! Ich habe meine Kapstone. Auf! Ich weiß nicht, Boss. Ich weiß nicht, Boss. Ich weiß nicht, Boss. Nein! Du hast ihn. Krass ihn! Nein, da ist doch nicht rum. Nein! 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 Wir kommen! Ihre Bottom Tower hat fallen. Sure! Rollin' out! Scheiße, ich habe den Glück, ey! Get him! Die enemy's middle tower... Boah, es geht in hier ab. Was ist denn Kost? 2.000! Ich muss nicht hier bleiben, wegen Leveln. 3.000. 3.000. 2.000. 1.000. 2.000. 2.000. 3.000. 3.000. 4.000. 4.000. 5.000. 5.000. 5.000. 4.000. 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. 6.000. 6.000. Sockos! Let's the fun begin! Super rock, Jim! We've got boring, Settle. Challenge? Your bottom tower is under attack. Rolling! Tiny, coming in! Rock on one! Right away! The enemy's top tower has fallen. The enemy's top tower has fallen. Ich brauche eher Stärke, dann komme ich mal einmal Stärke, einer kommt weg, noch einer kommt weg, und dann komme ich mir den noch im Secret Shop. Ich glaube, da habe ich mehr von, als von diesem Blinky-Teil. Forward! Muss ich ja ein bisschen was verändern. Forward! Your middle tower has fallen. Ah, scheiße. Yes! Soll ich schnell das Ding kaufen? Undo? Papier! Your middle tower is under attack. For the quarry! Dominating? Of course! Your middle tower is under attack. Stone? Oh! My favorite quarry! your bottom tower is under attack oh god sure yeah illusion Gehe! 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 Du! Du hältst lord! Du hältst! Komm, 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 komm! Oh, komm, komm, komm! Nicht noch mal riecht. Natürlich. Zubere ich, Lauf! Okay. Nice. Und der tarnt sich wieder. Und hat der jetzt gerade geschützt? Scheiße. Da ist er. Okay. jetzt kurz aus dem jetzt können wir den turm auf jeden fall dauer Die Schmerzen sind in den Schmerzen. Nein! Nice action. Wow. Ach, jetzt kann es nicht sein. Aber es sind drei von denen jetzt tot, ey. Nice. Geile Sache. Richtig cool gemacht. Jetzt brauche ich nur noch tausend, dann habe ich schon mal das Item. So. My favorite quarry. Oh. Postal-Gaddon. My favorite quarry. Regeneration. You got it. ich kann nicht so schnell hauen wie er nein schon soweit attack i nether no boss yes radianc courier has been killed Boah, geht ganz gut. Ach. Nice. Nein. Coole Sache. Alle fünf Taunen. The enemy's top tower has fallen. Back to the grindstone. Invisibility. Angriffstempo 30. Wir verkürzen 135, yeah. Tiny, komm in! Ich komme! Oh, oh, oh. Nice. Nice. Richtig geil, der Sarah. Boah, der Teiglin sieht immer richtig fett aus. Not. Oh, oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nein. Ach. Scheiße. Haben die uns so weggehauen? Krass, wie er sich da versteckt. Sehen die den nicht? Krass, wie er sich da versteckt. Also, Büstelberg geht richtig gut ab. Trouble is over. Damit kann ich mal richtig geil fahren gehen gleich. Ich brauche noch irgendwas mit Rüstung, weil Schaden magisch, magisch magische Rüstung wäre noch ganz gut. Magierresistenz, gibt's da irgendwas? Ist nichts bei den vorgeschlagenen. Die Angriffstempo schaden. Ist ja noch ganz cool eigentlich. Ich glaube, wir sind noch nicht. Ich glaube, wir sind noch ganz gut. Ich glaube, wir sind noch ganz gut. So, jetzt laufen wir mal ganz kurz da rein. Was war das für ein Cooldown? 100 Sekunden. Dann laufe ich da rein. Tötet den Dicken. Ich glaube, ich glaube, die bringen am meisten Erfahrungen, oder? Guck mal, was wir jetzt hier für eine Rune haben. Du hast. Du hast. Das kann ich gar nicht machen. Du hast. Du hast. Du hast. Du hast. Nein, ich will wieder sterben. Oh, das ist so knapp. Was geht? wir sind gleich durch ich würde sagen das war es echt knappes game ich hätte es nicht gedacht dass doch zum schluss doch noch so viel rausholen weil ich halt echt sehr im bedenken das war zu anfang aber sehr gut gemacht eine sieht richtig geil aus zum schluss macht auch richtig spaß dann zu anfang sehr sehr langsam aber ich denke mal da brauche ich aber ein bisschen potenzial nachkämpfe öfter spielen und ich hoffe ihr seid beim nächsten mal wieder dabei und hinterlassen wir auch wieder ein paar kommentare zum gameplay bis dann